Hallo Oldtimer-Freunde, ich möchte euch heute hier mal ein paar Bilder zeigen von einem Simson Sportgespann. Es ist Baujahr 1958, hat einen Viertaktmotor mit 250 Kubik und eine Leistung von 14 PS. Die Höchstgeschwindigkeit betrag 100 kmh. Seht euch einfach die Bilder an und wenn ihr es etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Taste und zoomt euch heran. Leider konnte ich das gute Stück nicht von allen Seiten richtig fotografieren, da es in einer Ausstellung verbaut ist. Wenn euch die Maschine aber trotzdem gefallen sollte, würde ich mich über eine positive Bewertung eurer Sites freuen. In meinem Kanal findet ihr auch noch viele weitere AVO-Motorräder und Prototypen und Schnittmodelle und so weiter. Seht euch einfach an und viel Spaß dabei. Seht euch einfach an und viel Spaß dabei. Seht euch einfach an und viel Spaß dabei.